Hallo ihr Lieben, ein herzliches Willkommen zum Uploadplan. Ja, diesmal, wie angekündigt, ein Ferien-Uploadplan. Der sieht wie folgt aus. In der ersten Woche vom 22.7. bis 28.7. gibt es Dienstag und Donnerstag um 14 Uhr je eine Folge Tiny City. Am Montag kommt um 16 Uhr der Uploadplan. Ja, das habt ihr jetzt dann gemerkt. Am Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag gibt es jeweils eine Folge Zoo Tycoon Ultimate Animal Collection um 16 Uhr. Und Samstag, Sonntag um 16 Uhr kommt jeweils eine Folge Millennials Resort. In der zweiten Woche und in der dritten Woche sieht das dann folgendermaßen aus. Dienstag und Donnerstag um 14 Uhr gibt es mal eine Folge Tiny City. Und vom Montag bis Freitag gibt es dann um 16 Uhr immer eine Folge Zoo Tycoon. Samstags und Sonntag gibt es dann eine Folge Resort, auch um 16 Uhr. Und am 12.8. geht es dann wieder ganz normal um 14 Uhr mit dem neuen Uploadplan und um 16 Uhr mit dem Minecraft Resource Packs weiter. Ja, ich habe ja schon in einigen Parts unsere Ferien angekündigt. Und ja, wir haben einiges vorproduziert, damit eben ein bisschen was kommt. Die Resort Parts werden aber aufgenommen, so zeitnah aufgenommen. Das heißt also, falls ihr da irgendwas habt, dann kann das schon sein, dass wir in den Parts reagieren. Allerdings in Tiny City und so weiter, da wundert euch nicht, wenn wir auf Kommentare nicht eingehen, denn das ist alles vorproduziert. Wir werden dann aber, ja, wenn es nötig ist, auf eure Kommentare dann einfach antworten in Schriftform. Normal machen wir das ja in einem Video. Diesmal werden wir das dann einfach schriftlich machen. Genauso werden wir auf unserem Discord-Server erreichbar sein und auch im YouTube-Chat oder über die Privatnachrichten. Also da werden wir schon immer mal wieder reingucken. Wundert euch nur nicht, wenn es mal ein, zwei Tage dauert. Dann sind wir einfach unterwegs und haben keine Zeit, da reinzugucken. Okay, das war es dann auch schon von unserem Ferienplan. Wir wünschen euch tolle Ferien und wenn ihr wegfahrt, einen ganz tollen, erholsamen Urlaub. Und ja, wir sehen uns dann am 12.8. wieder ganz normal wieder. Also bis denn. Ciao, ciao.